Na dann, wir haben den Namen von dem Nächsten, der ist hier auf der Liste. Ich wünsche mir ein bisschen Narren. Tötung 200 zum Modestrigen Malzuhalten, ich glaube auf der Liste stand, ob der Besitzer dieses Hauses und die waren wir glaube ich schon mal und haben Modank gekauft, ich erinnere mich düster. Wo ist die Liste, Operation, ich bin ein Kandidat, die Liste mit den Leuten, und die nicht. Ich sage mal Figaro, Frage jetzt. Ja und, wenn ich es nicht finden würde, müssten wir den Koch finden. Wo ist denn der Figaro? Können wir den mal sprechen, wo vorher ermordet wird? Ich gebe es dir einen Schuss. Ich gebe es dir einen Schuss. Es ist nicht normal für die Prey, die die Fähigkeiten zu geben, die eigene Brüder zu geben. Razor, Schreiber, Knoten, so viele Knoten. One couldn't make and here such a fleeting window but then who am I to deny the auspices of destiny for we are celebrating Master Figaro you have the delicious honor of being my crowning Dein Körper ist mein ultimates Gift an meinem Herrn, Baal. Zusammen werden wir uns überwinden. Stehenbleiben, verschwindet, das ist in einer Beute, Heimlichkeit und Schatten, wie unser Zweck abgelenkt ist, ein gegebenes Opfer und ein geruseliger Monolog, um das zu kein Klischee aus. Das könnte die falsche Entscheidung gewesen sein. Und warum habe ich nicht gespeichert? So, diesmal verschwindet er hoffentlich nicht. Wo zum Hänker ist er. Da hat er so viele Verteidiger. Der rennt mich nicht nochmal weg. Wo ist der... Wo ist denn der? Der hat doch schon wieder ab, das kann ich nicht glauben. Ist der schon wieder unsichtbar oder was? Ich glaube es nicht. Können wir versuchen an... Unglütiges Ziel. Verfluchte Scheiße. Ah ja. Weg ist unterbrochen. Na, fantastisch. Jetzt muss ich mal hier langschleichen. Ich werde schon viel schlank. Natürlich. Erinnern von den Tod. Wenn ich nicht in meiner Sicht bin, ganz gut. Was ist so der Schatten hier? Ach, diese Unsichtbarkeit kann ich nicht. Wenn er geht, du bleibst mal hier an der Tür. Da ist die Tür mit Blick. Die Tricksack ist schon wieder unsichtbar. Ah, da ist er. Gut, dass er sichtbar ist. Der bleibt schon auch sichtbar. Nicht gut, dass ich keine Recht mehr habe. Ein Fehlschlag. Ein Fehlschlag. Das macht er nicht schon wieder unsichtbar. Okay, wir müssen jetzt irgendwie herbringen. Aber ich erledige das. Was? Wow. Na komm jetzt. Schau mal dicht rum. Na, was soll das denn werden? Ich bin einer. Ich bin einer. Fantastisch! Na toll, weshalb bin ich hier hingegangen. Schöne Waffe hast du da. Noch ein Gestaltwandler. Echt schlechter als ich gedacht hätte, diese Gestaltwandler. Oha, ein Dolch. Schau nach guter Niederrüstung. Die zerrissene blutige Seite. Der folgende Text ist wahllos auf eine zerrissene blutverschmierte Seite. Ich stelle Klagedied des unheiligen Assessin geschrieben. Ich bin fertig. Ich kann nicht warten, um zu schlafen. Darf ich mal? Liegt ein Pfad zur Mörderbeute. Wenn ihr hinab ihr wollt gehen, müsst ihr scheitern hinter Rahmen. Ihr seht den Sicarius die Tür hören. Von Todgewalten, die sie stören. Seid ihr entschlossen. Seid ihr verwissen. Seid die Trophäe vom Arme gerissen. Als Opfer für den Herrn geplant. Zeigt dem Todesritter die blutige. Ein Blutflech verlegt das letzte Wort des Gedichtes. Ein Passport. Ein Sikonius. Und eine Location. Wir sollten diesen Kandel-Hallo-Place finden. Ich muss sagen. Ich bin verdammt glücklich, dass du dich kamen, wenn du es getan hast. Kannst du glauben, was dieses Monster gemacht hat? Leider ja. Ich sage es schon seit einiger Zeit. Wahrscheinlich. Dann bist du von sterner Sachen als ich, Freund. Und ich werde sagen. Es hat mich sehr beeinflusst. Kannst du mir vorstellen? Dressen sich komplett in roten? Ha! Gästs aus. Danke. Du hast immer meine glücklichste Gratitude. Und. Und. Ein größer Wettbewerb auf meine Wehrs. Sehr gut, Sir. Ich finde meine neue Klamotor. Eher nicht so. Ein prächtiges Rot-Squad. Ja, aber. Pfff. Nichts soll ich wirklich brauchen. Die haben aber nie verkauft. Und die legendärsten Sachen haben wir schon gekauft. Jetzt. Schmerz. 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 Na dann. Das Schwert kann man natürlich nicht nehmen. No traps, please. Wo soll denn hier ne traps sein? Ei traps sein? Ich würde mir meine Trophäe mitnehmen für den Kampf, den gewonnenen Kampf. Und das Schwert darf ich nicht haben. Neulichens macht das was aus, dass ich klaue. So, na dann. Diese Geräusche. Mein Wissen wäre jetzt, wo wir hin müssen. Wir sollten mal einen langen Rast machen, bevor es dann weiter geht. Erstmal bin ich zu dieser Tür. Was haben wir denn schweres dabei? Die Rüstung haben wir dabei. Bekleidungsausrüstung. Wie wollen wir denn diesmal spielen? Nichts wollen. Stark Tiefling. Hatten wir schon. Oha. Die Zwergen. Wir sind nochmal ein bisschen undercover unterwegs. So, wir werden ja die Rüstung loswerden. Das Schwert kann man auch loswerden. Ich bin immer noch verflucht. Ich erinnere Ahnung, wie ich diesen Fluch rauskriege. Hier. Und wir. So, wo sind wir denn? Hier müssen wir hin. Das Basiliskontor ist das nächste. Und natürlich ist die Map schon wieder nicht geladen, obwohl sie schon nichts geladen war. Hier müssen wir hin. Und da waren wir gerade am Baldurstor. Ist auch interessant. Ach, die gehen da hinten rum. Ach, die gehen da hinten rum. Ich bin gespannt, was hinter Badurstor ist. Super da. Dann vorbei können, nachdem wir Urin besiegt haben. Sollte ich jetzt mal sprechern. Ich kann euch. Was? Na dann. Baalistenwuft. Okay, wir untersuchen alles. Ich habe das Gefühl, wir sollten mal einen langen Rast machen, damit ich mich mal... Ich werde die Kleidung mal angepasst werden können. Ich kann gar kein langen Rast machen, oder? Natürlich. ich mache weiter mit dem guten kleid hier rein okay eigentlich sehr wertvoller bauen Was ist hier drin? Nichts drin hier. Psychonale Vorkammer. Ah, müssen wir jetzt wieder unten Rätsel bestehen, dass wir das hier... Ich habe getötet, um hier zu sein, habe die Hand des Opfers Beweis mitgebracht. Habe ich das? Ich biete mich selbst da. Ich habe mehrere magische Fakte, die ihr haben könnt. Wie wäre das mit Gold? Ich habe reich nicht. Schreibt mir nicht, dass ihr was ihr sucht tritt beiseite. Eine Protossant. Eine Protossant. Alles reichen. Die sind fluglos, das ist auch noch so eine Sache. Okay, betreten wir mal diesen Raum. Ein Monster Tribunal. Das wird so spannend. Ist das nicht unbedingt, was auch noch so ein вд patrizerisches an. Schlemme. Nur vom Sarevok. Anchef. Einzünder, das sogar schon das Stadten von und den Sarevok zu centres nimmt. Der Vala. Das ist die Skate. Auch an die Gäste. Aber der Sarevok hat so. Die Gäste. Die Gäste. Die Gäste. Die甥. Lord's Tribunal, I am its custodian, here come those who seek to transcend, aspirants of his most profane order, the would-be-unholy assassins abbaul. A long while ago, my wretched sibling, brought me back. The fairest of Baal spawned, soul bowed me to this husk. Worship death though I do, I refused it. I roamed the coast, gathering those who still held Baal in their black hearts. The cult survived, festering beneath the city. With me, as the gates everlasting poison. But no more. The poison is too slow a death. Now is the time for slaughter. With these killings, the glory of the Baalists has risen beyond what we dreamed possible during those dark days. But the worship of my Lord is led by another now, my grand elder Arden. The youngest unholy assassin ever to follow in Baal's bloody trail. And his chosen. The most calmer would then carry the rest of the Uriah. What does Uriah have to do with the monsters in the city? Uriah is your daughter. How did you feel from your daughter to be infected? Such her Uriah is here. She is the architect of Baal's design. Baal has never had a more gifted prodigy. Arren's gift surpassed even her mother's. It's next for her son. Her mother knew this. And she could not bear it. When Arren was but seven years old, she tried to scyther the child as an offering to our Lord. I heard the screams. I ran to help. I feared for the child's life. But the cries were not Arren's. It was her mother's blood that soaked the sheets. Arren had cut off the very hand that tried to end her and made a plaything of it. And as she toyed with her dead mother's hand, a deep quiver rose up through her throat. The Lord of murder speaking through the child. Lay not a finger on this child, he said. Nor let any other. For this child will serve me with unholy ardor. Protect her in my name. Okay. Aha. Das ist grau enough. Kein Kind soll das durchmachen müssen. Wusstet ihr, dass euer Tochter vorhatte, Urin zu töten? Eure Enkelin hat eure Tochter getötet. Das ist mir ja eine kleine Familie. Ich verstehe, warum Baal Urin auserwählt hat. Ich hätte Urin töten sollen. Ich bin nicht gekommen, um Familien-Drama dran lengezogen zu werden, sondern um von Baal getauft zu werden. Eure Enkelin hat eure Tochter getötet. Das ist mir, wenn ich meine Tochter komme hier. Ich wusste, dass ich meine Tochter vorhatte, aber nicht die Länge zu gehen. Ich weiß, dass sie eine Tochter vorhatte, Urin zu gehen. Ich habe meine Tochter vorhatte, Urin zu gehen. Oh je, ich bin bereit, mein Urteil zu anfangen, ich werde Baal stolz machen, das genau umfasst dieses Urteil, ich habe keinen Interesse daran, Baal begrüßt zu werden, trete ich näher, dass ihr euch auf ihre Kopfabsteigungen gehört habt. Let us begin, spirit of the slaughtered, return to us, show us the truth of this murderer's intent, and let us judge her for her bloody service. So viel müssen wir nicht kämpfen. You took this spirit life, and thus its voice. So, speak for it. How was this pitiable creature slain? Reverence, zeal, long may he reign. You are Jesus Lord Baal, your words delight him, you slaughter well aspirant, you are deemed worthy, enter the dreadlords abattoir and submit to his will. So, as I am going to start with you, I am going to follow you. Ach du, ich glaub's ja nicht. Ach so, er ist ein Opfer. Ach, ich dachte nicht, dass er dann noch der Bösewicht ist. Ich habe nichts zu fragen. Du bist jetzt auf dem Kuss des Dreadlords. Eines Kötzungsstück steigert deinen Rebirth als ein ungewöhnlicher Assassin Abba. Der Schlauch von einem zelächlichen Mensch. Mach die Verbrechung von seiner Gehäuse. Spill sein Blut. Und bathe in Baals' äterne Rappture. Hey, ich kenne dich. Hör nicht an diesem älteren Böse. Freue mich einmal. Wenn sich der Trubai opfern und Blut wird fließen, und Saurvölk, ich werde euch schlachten. Ja klar, es ist nicht ein Verstander. Und Saurvölk, ich werde nicht kämpfen. Sonst hätten wir gegen ihn und gegen alle anderen kämpfen müssen. Tut mir leid. Tut mir ehrlich leid. Tut mir Leid. Wie soll den Teil Zitzen, stoppe das einmal! Ich mache es kurz und schmerzlos. Es ist kein Zeitpunkt, um zu verlieren. Alles gut. Schmerz, Vater. Du bist in deinem witzenden Namen. Ein neuer, unholyer Assassin. Sein unholyer Will wird er getan. Wird er jetzt zum un... ...zum fremdgestörten Wesen, oder? Was ist los? Ich bestow auf dir... ... das Amulet Abbaal. Der Verzweck von seinem... ...unholye Service. Mit diesem Amulet, er ermöglicht dir... ... eine Erwärmung in seine Schmerzen. Das Amulet brucht mir. Abbaal. Der Verzweck von der Verzweck wird in deine Hand. Mach es, Justus. Verzweck den Verzweck, zu einem Gott. Ich meine... Ich meine, was war jetzt... Unholyer Assassin. Und wir haben... Wir haben in diesem Abend ja andere Leute auf dem Gewissen. Das ist also... Was macht jetzt den Mord... ...schlimmer als alle anderen Morden, die wir gemacht haben? Also wir haben... Genau genommen haben wir... ...hier den... ...wir haben... ...den Vater von... unserem Teamkameraden auf dem Gewissen. Den... ...den haben wir nicht direkt ermordet, aber... ...nun ja... ...ich weiß nicht mehr seinen Namen. Nachforschungsprioritäten... ...mittleren Valeria. Drei Fälle sind in diesem Zehntag eure Priorität. 612... ...es offensichtliche Seuchenschiff... ...an den kaputten Dock... ...655... ...an den Hand... ...ab Schneidermörder... ...und... ...657... ...die tödliche Verletzung... ...der Wellendienerin... ...im Hafen des Baldur's Or... ...den Fall der Alten... ...Scholms nennt. Höchste Priorität hat... ...3... ...655... ...der Serienmörder... ...nichts setzt... ...weil die fortgesetzten Aktivitäten... ...mäh... ...mäh... ...das... ...schlecht aussehen lassen. ...und das ist ein Faustchen direkt... ...das war aber nix... ...so wir haben ein Ammo... ...dass... ...dafür sind wir hergekommen... ...und wo ist das Ammo... ...das... ...ging es mit Rechnen... ...als... ...und jeder Stiefel... ...so ich hab die Nebelschutzstiefel an... ...Ammolid von Baal... ...das ist nur selten... ...warte... ...was macht das... ...Genesung... ...stirb schneller... ...und... ...weil die Treffer... ...blutungen... ...beziehen... ...mit Trefferpunkt... ...maximum... ...das sind so bald wie möglich... ...ne lange Rast machen... ...or gibt es einen Händler... ...ja bestimmt... ...und... ...dass... ...viel... ...er... ...masch... ...und... 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 ...sie... ...und... Ah, oha! Rüstungsglas 14 Ballistenrüstung. Ballistenhandschuhe. Warte. Was sind da für 540? Die Handschuhe bin ich gebraucht. Ich kann Köpfen damit. Interessant. Gift. Bussheit. Unsichtbares Sehen. Oh Gott, das brauchen wir. Das haben wir schon früher gebraucht. Sicht des Sterblichen. Aus dem Bericht aus dem Autokäser. Okay. Irgendwas Gutes als Waffe. Nö, ich nicht. Gegenabstand von bis zu 2 Meter werden durch Stichschaden verwundbar. Wenn sie nicht resistent oder immun dagegen sind. Kein Kardach. Dann tritt schon so ne Rüstung. Können wir mal hier irgendwas tauschen. Guck, ich lass es jetzt mal bleiben. Geh weiter, Unholy Assassin. Desecrate in Ihren Streid. Die Kapuze. Nein, wir können es gerade nicht sehen. Die Kapuze will ich nicht aufsetzen. Das ist was für Letzel. Was ist das Gefühl? Nein, nein. Ich kann die Kapuze scrisen. Ich kann dann Sichtbares sehen. Ich nehme die Handschuhe. Geschossfang. Äh ne, ich brauche die Geschossfang. Auch was für Letzel ist unsere Kriegerin. Na ja. Mal. Ein unsichtbares Szenen ist schon genial. Sieht leichterlich aus, aber nun ja. Schnell raus hier. Sieht leichter aus. Sieht leichter aus. Da sind wir, oder? In der Unterstadt. Hey, mal das Spiel speichern. Ich würde mal gerne eine lange Rast machen. Wir sind alle aufgeladen. Egal. Wir sind alle aufgeladen. Wir sind alle aufgeladen. Wir sind alle aufgeladen. Vielleicht haben wir mal einen Kuh nehmen, wieder. Das war's. Ich habe immer noch das Gewand an. Ich glaube, ich habe hier ein Bach verursacht. Ich kann meine Rüstung nicht mehr anhaben. Wenn wir die ausziehen, dann haben wir... Achso, ich habe die Rüstung ausgeblendet. Fantastisch. Oh, okay. Das sieht aber auch nicht. Die rote Rüstung. Hat was. Aber für rot. Eigentlich nicht so. Die Rüstung hat schon was. Dann schützen wir mich mal ein bisschen. Wie können wir sie einfärben? Auf Anschrot wollen wir es nicht. Dann haben wir doch Violett Star. Und jetzt müssen wir noch einen Absticher beim Modelladen machen. Der hat genug Farben. Okay, wie heißen die denn? Dunkler Flieder, genau das. Ah, na ja. Das wird nicht unbedingt besser. Das bleibt orange. Ich weiß nicht, die Ärmel sind so gut. rook der 2,5-2-2-2-2-2-2-3-3-3-4-4-4-7-4-4-4-4-8-4-4-2-6-7-4-4-4-5-4-4-6-4-5-4-6-4-4-7-4-5-4-6-5-4-4. Ich bestatte dem Begadus-Tor noch mal einen Besuch ab. Du müsst hier ganz in der Nähe sein. Na dann. In der ganzen Nähe ist eine ziemlich Übertreibung. Das ist glaube ich da irgendwo drüben. Da ist das Tor hier. Und am Ende der Stadt. Guck nochmal in den Farben, die der hat. Das mit Bottas. Event jeder hat über Bottas. Der hat mir noch einen lechteren Preis. Der hat mir noch einen lechteren Preis. Versprochen. Na da ist der Gute. Willkommen zurück, Freund. Die feinen Fakilität der Figaro-Facemaker. Eine bestimmte... Ineffabel. Sehr gut, Sir. Ich hatte hier jede Menge Farben. Wind, Färber. Borealis, Blau. So dass man es nicht vorher sehen kann. Weiß und Schadachrot. Salbei. Blau. Schwarz und Jadegrün. Tinten. Tintenschwarz und Rosarot. Blut auf Pflaumen. Dunkle Amethyst, das rinnt auch noch etwas. Weiner Rucks aufgenommen. Brut auf blau und weiß, Pistanienbrum auf rot Vorsicht und Aprikon Indigo, dunkle Glieder, Lavendel Versuchen wir uns mal Lumpiges Weinrot, das könnte sogar Dunkle mit Twist, wenn es klappt, sieht das am besten aus Ja Ich glaube die Rüstung wird so nix guten, aber Schon am besten Für den Kampf gefällt mir das am besten Ich habe Weinrot noch nicht probiert, aber Dunkle mit Twist So, wo geht es hier raus So, Tempel des Barren, da wollen wir hin Appenikalisatium So, die Gefangenen nachher vor deaktiviert So, die Gefangenen nachher vor deaktiviert Auf geht's Jetzt sollten wir da rein können Dieser öffne dich Ein rasches Gebiet des Barren sprechen Das amulett gegen die Tür drücken So, ich werde hier drücken So, die hier drücken Ich werde hier drücken H stimmen So, ich werde hier drücken So, das ist ein Oh, die Schmerz und Angst, die Schmerz und Schmerz, die Schmerz und Schmerz, Schmerz, Schmerz! Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja, ja, ich habe ihn. Ich habe sie alle. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich habe sie alle kalt gemacht. Aha. Ist das nicht das, was unser Job ist als... ... und selten? ... und zuelten? Ich meine, die meisten, die wir umbringen, sind schuldig. Die haben es verdient. Also... ... keine Frage. Ich weine keine Sekunde um Cortash. ... und ich habe die Form. ... und Orin werde ich auch keine Sekunde bei mir, aber... ... es ist ein Bleib-Mod. ... und zwar leidenschaftlicher. ... und zwar. So, ihr auch, das SeraVox Tribunal. ... macht sicher, dass eure Standards nicht zerbrechen. ... wir haben eine Reputation, die wir zu maintainieren. ... ja, mein nächster Name heißt Ur. ... und heißt Ur ... ... Ob ich mich ein bisschen tschüss. Na komm und stirb Ah, sieh natürlich, wer sonst Du wirst sie nicht töten. Du wirst sie nicht töten. Unschuldig ist nicht. Der Detektiv war bestimmt nicht. Unschuldig. Das kleine Mädchen. Wir haben eine Abmachung. Ich habe Gotash getötetet, also lasst sie nicht erleben. Gehen. Tut mir etwas, tut ihr etwas klein und ich schwöre ich, dass euch das zehnfach war. Angedeihen. Nur zu, ich halte euch nicht auf. Ich bin die Person, die ihr gewollt habt. Ja. Ja, wir haben. Wir machten ein Pakt. Segel in der Vater. Du bist derjenige, Baal. Du bist der Krimzen, der sollte meine Altar schlafen. Die Lordlings-Prähtige Plans, die in den Garten entdeckten. Und bald dein Krimzen wird sein. Ich werde mit meinem Großvater begrenzen. Serevok hat diese Stadt auf ihre Knie gebracht. Aber ich werde die Hand auf ihre Knie entdeckten. Ich bin Balls gewählt! Er schaut über mich, er liebt mich, er hat die Fondation, auf welchen ich steuere. Wenn ich meine Bläde auf deinem Knochen, der Mörder-Lord wird meine Dominanz! Ach du Scheiße. Ähm. 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 Siegendes Ball. Er hat nur einen. Wie kann man ein Siegendes Ball brechen? Okay. Final Bus Fights denke ich. Ähm. Ja gut. Und ich bin kaum vorbereitet. Und jetzt kann ich nicht angreifen. Und verletztliche Heiligtum. Ah genial. Hm. Wenn ich den nicht verletzen kann. Und bin wie immer nur vorbereitet. Ich weiß nur, das wird richtig scheiße. Okay. Wir sind am Arsch. Das Angriff hat gar nichts gebracht. Oder war das ein einfacher Fehlschlag. Kürzischer Treffer. Ein H4. Das Ding. Okay. Wir sind zwar am Arsch. Ich habe eine Verteidigung von. Ich habe eine Verteidigung von. Was ist mit ihr gerade passiert. Was ist mit Leze? Blutung furchtsam. Wann ist Leze furchtsam? Wann ist ein Leze furchtsam? Wann ist Leze? Wann ist Leze? Wann sind wir gerade passiert? Wir arbeiten. Wann wird sie am Arsch. Das ist relativ guter Angriff. Aber ja, ähm. Ein bisschen Heilung. Eigentlich auf Kalach. Keine Ahnung, wie wir das hinkriegen werden. Und warum ich nicht angreifen kann. Und wir müssen den Segen als Erstes ausschalten. Warum Leetze auf einmal nicht angreifen kann. Und warum das ein Fehlschlag ist, meine Fresse. Leetze, was ist los mit dir? Ah, das wird ja... Interessante. Äh, was? Ich brauche deine Hilfe. Ah... Ah... Ich habe keine Reaktionen üblich, sehe ich aber anders. Und auch verhaltsam. Wie kommen wir zu dem Segen des Rituals? So weit entfernt. Ich muss irgendwie den verdammten Segen verändern. Ich gucke die Bewegungsrate. Wo ist denn überhaupt? Da drüben ist er, oder? Ich konnte ihn noch nicht lokalisieren. Ich glaube die Taktik ist den Segen zu finden, um ihn auszuschalten. Ich weiß nicht, warum er ist. Wir haben uns zu retten. Die Taktik haben wir überhaupt nicht. Die selbste Stärke. Also in dieser Form ist Urin absolut untötbar. Ja, die Angriffe sind normal stark. Das liegt wirklich nicht an... Ich muss noch eine Krügel und wir brechen. Und ich kann auch das Don't Gale Stone. Nice. Jetzt müssen wir am Anfang des Kampfes tun. Und wirst du für die nächsten Versuche gerne... zumindest wo dieser Flug ist. Wir müssen ihn mal lokalisieren. Oh. Wir sind so gut wie tot. Es ist zu weit entfernt. Wird ihr brauchen? Das ist das Ding hier. Und da kommen wir... So ein weiteres nicht hin. Die Kampf ist sowieso vorbei. Mit dem Arsch. Wie gesagt, das Ding ist es. Das hat nur 1 HP. Das heißt, das ist wirklich... Das müssen wir am Anfang ausschalten. Dann ist vielleicht sie nicht mehr der großen bösen Bestie. Sondern... Ich weiß nicht. Vielleicht bleibt es trotzdem. Und vielleicht eine reale Chance. Und versuche es auf jeden Fall wert. Sie scheint ja von diesem Segen irgendwie zu diesem... Kreaturen gemacht worden zu sein. Und was wir hier im ersten Versuch herausgefunden haben. Ist... Die Kreaturen zu besiegen. Versuch es gar nicht ernst. Und wir sind Level 11 oder 12. Und das ist... Also Geass. Level 6. Blitz. Der müsste schon... Der hat bei ihr irgendwie 3, 4 Spiele gemacht. Das ist... Das ist... Ein bisschen Angriff der... Wenn es der Bossgegner ist. Vielleicht nicht die Hilfe runter macht. Aber... Schon brutal einen Schaden macht. Ja... Und es sieht so aus, als wäre das was für den nächsten Part. Ja... Ich sage danke fürs Zuschauen. Im nächsten Part schauen wir uns mal an. Wie wir... Den Nässerstäben von... Murin... Belangen können. Ja... So sieht es aus. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020